Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Mit meiner Jogginghose bin ich ungefähr so viel gejoggt, wie ich mit meiner Küchenrolle durch die Küche geholt bin. Die Frauen WM ist ganz amüsant, wenn man Zirkusmusik drunter legt. Ich besitze übersinnlose Fähigkeiten. Bekämpfer Rassismus, sei ein Panda, sie sind weiß, sie sind schwarz und Asiaten. München 7.24 Uhr, Regen, Hoeneß sitzt. München 13.43 Uhr, Sturm, Hoeneß sitzt. München 19.28 Uhr, Sonne, Hoeneß sitzt. Die 3 Wetterhaft. Was macht ein Steak unter der Couch? Sich verstaken. Einmeldung, zu dickes Model wird von H&M abgelehnt und springt aufs gekippten Fenster. Hier ist die Tititus Hotline, sprechen Sie bitte nach dem Piep. Meine Freundin hat nicht einmal gemerkt, dass ich mir die Haare anders gemacht habe. So, das war's, sie wird heute Abend nicht von mir flachgelegt. Ich habe meine kleine Cousine vier Jahre gefragt, ob sie wüsste, was mit Mädchen passiert, die ihren Teller nicht leer essen. Ja, sie werden Models. Touché. Meine Damen, wenn das Leben euch Zitronen gibt, dann kann eine simple OP daraus Melonen machen. Dinge, die man am Start des Fluges nicht sehen will. Platz 1. Techniker mit Klebeband. Einmal im Monat drehen Frauen für 30 Tage durch. Sobald im Kochrezept steht, zur Verfeinerung leicht anbrennen lassen, schlägt meine Stunde. Öl und Wasser. Mission Impossible. Manchmal benutze ich Worte, die ich selber nicht verstehe, damit ich photosynthetischer wirke. Delfine sind wie Menschen die einzigen Tiere, die Spaß am Sex haben. Und glaubt mir, ich musste viele Tiere ausprobieren, um das rauszufinden. Du siehst aus wie jemand, der Leute nach ihrem Aussehen beurteilt. Wenn ich meinen Selbstmord begehen möchte, klettere ich auf dein Ego und springe zu deinem IQ herunter. Wer war die erste Fußballmannschaft? Jesus und seine Jünger. Denn in der Bibel steht, Jesus stand im Tor von Nazareth und seine Jünger standen abseits. Jedes Mal, wenn mir das Wort Sport über die Lippen rutscht, wasche ich mir den Mund gleich mit Nutella wieder aus. Wir wurden alle reingelegt. Peach war nie wirklich in Gefahr. Bowser und Mario sind Kumpels. Ich habe sie zusammen Kart fahren sehen. Eine kinderlose Ehe besteht doch nur aus Spaßföhlen. Ich habe vorhin aus Versehen auf eines dieser Du hast dein iPhone 6 Plus gewonnen Popups geklickt. War zum Glück dann doch nur ein Virus. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht auch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.